Kunst ist grenzenlos, es gibt keine Grenzen. Gegenseitige Inspiration hebt die Grenzen der Einsamkeit auf. Das ist ein schöner Satz. Ich glaube, wenn ich mich inspirieren lasse von jemand anders, dann schafft das nicht. Ich, du, wir und die. Menschliche Grenze, persönliche Grenze. Grenzen offen lassen ist wichtig. Grenzen schützen würde ich sagen. Meine Grenzen sind hier, ja. Fass mich nicht an, nur wenn ich ja sage. Ja, Grenzen bringen Klarheit, allerdings. Strukturen als Grenze, aber auch Linien als Grenze. Grenzenlos ist... Ja, frei zu sein. Aber es ist auch spannend, mit diesen Grenzen zu arbeiten. Musik 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 Okla slots Musik Musik Ich will einen Räuber... z.B. geben Ja. Er hat das jetzt alle按trac. Bei heren, zum Beispiel. Das ist der Wächter, ja. Na, bei Boren. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Am Anfang war alles anders. Die Menschheit lebte in Freiheit. Mal hier, mal dort, wo sie gerade Nahrung finden konnte. Irgendwann kam einer auf die Idee, seinen Bereich mit Steinen einzugrenzen. Das gehört alles mir, sagte er stolz. Untertitelung des ZDF, 2020